Aber er will sich nicht beruhig. Die Traurigen brauchen diese väterlichen Zuwände, die sich so gut beherrschen. Du hast kurz was gehört. Los! Okay! Ist unser Schlafzimmer da? Ah, der kleine Fratz! Hallo! Wo geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das mobile ein bisschen, das merke ich. Okay. Wie geht es meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Was ist da an? Äh, klingt gut. Gute Idee. Sir, ma'am, das sollten Sie sich mal anschauen. Was ist los? Was ist los? Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellenblitzen. Explosionsgeräusche. Wir... Wir warten auf Bestätigung. Kontakt zu unseren Partner-Sendern scheint abgebrochen zu sein. Wir haben... Wir haben... Es kommen... Bestätigte Berichte. Ich... Wiederhole... Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen zum Vault! Sofort! Ich hab schon! Gehen wir! Ja, Frau, Frau und Kinder zuhause. Sie bleiben hier kurz zurück. Wir sehen uns irgendwann. Einwohner von Sanctuary Health. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Es ist so eine wunderschöne Landschaft. Ich finde das süßisch. Nein. Wohin, wieso? Ich bin hier dahin. Das ist absurd! Ich bin hier. Sie kommen nicht rein. Sie kommen nicht rein... Die Tür zu verwenden! Ich bin nicht rein! Und da ist, wir PCs... Gehen wir weg, Volker. Im Programm? Dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Danke. Viel Glück, man. Möge Gott uns helfen. Folgen Sie mir. Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Wo gehen wir nochmal? Perti Berti, hallo! Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Okay. Nein, Perti Berti. Wir sind froh? Da. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht das nicht schneller. Oh Gott. Runter, 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 runter. Wir sind alle tot. Ey, ich kann mir das passiert. Geschafft. Wir haben's geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Board 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaub es nicht... Der hat von einem Waldanzug... Nein, nein, nein. Denken Sie nur nicht darauf. Balltag ist für Sie da. Alle neuen Personer gehen bitte dort. Wendig. Hallo. Was ist das? Weiß nicht. Gehen Sie zum Tisch. Nehmen Sie sich an. Hallo. Danke. Und was jetzt? So. Okay. Siehst du? Siehst du? Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Unser Zuhause. Alles was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Und zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. So leider. Bereit für die Zukunft, oder? Bastards sind hier. Treten? Hey. Betreten Sie den Raum, wenn Sie so weit sind. Shhh. Alles wird gut. Papa ist doch da. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Okay, hier ist ges... Papa ist da. Siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Dann gibt's keinen Trip nach. Ich erinnere mich und denke, dass wir das neue Held haben. Und dann... Ich... ...telle ist die Uhren. Es kommt dann eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wolf geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Auf Wiedersehen. Bis nach... Keine Ahnung, wie ich ihn hier habe. Ist das überhaupt möglich? Weil man muss ja direkt so schnell wie mit mir einfrieren. Ich glaube eher weniger. Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Das ist sie. Da! Hey, da wuppen die. Das ist überhaupt eine Waffe. Fast. Alles wird gut. Komm her. Take it! Lassen Sie den Jungen los. Nein. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie drehen mein Pfarrlich! Bitte, bitte. Dann gehen wir hin. Gehen wir den Nachbarn raus. Mach was der Gesetze! Das ist echt blöd gelaufen. Shit man. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Wir leben noch. Oh man. Da sind wir. Den Bereich unverzüglich verlassen. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Alter. Geh mal welche raus und sagen. Kritischer Fehler entkommen. Hier sind noch die anderen Menschen. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Okay. Was ist das? Moment. Wir müssen noch hier irgendwas finden. Ein Stimpack. Was ist das? Sicherheitsterminal. Brauchen wir nicht. Was ist das? Aufgenommen zur KUO. Alle Voltbewohner müssen den Bereich hochverzüchten. Stimmt. Sollte K-Klammern. Das ist gut. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Sollte Klammern.